Yo Freunde, es ist Freitag, das heißt nur noch heute und dann ist erstmal Wochenende. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und seid bereit für eine neue Reaction auf den neuen Fortnite-Shop. Ich wurde hier oben rechts an der Ecke schon leicht geteasert und zwar, mal schauen, oh okay, gibt es heute wirklich einen neuen Marvel-Skin und zwar Dark Phoenix. Ich glaube, das kommt aus X-Men, ja, ich glaube, der heißt sogar X-Men Dark Phoenix, der Film. Der ist aber schon locker zwei Jahre alt. Trotzdem hat Epic Games gesagt, yo, die brauchen einen neuen Skin oder einen eigenen Skin in Fortnite und ist wirklich ein cooler Charakter. Also ich finde, das ist einer der coolsten Marvel-Charaktere tatsächlich. Alle, die sich mit Marvel ein bisschen auskennen, wissen ja, dass der sogar ziemlich stark ist, Dark Phoenix. Und als Backpack hat sie sogar einen Phönix. LOL, das schaut cool aus. So ein flammender Phönix, gefällt mir. Ist irgendwie ein bisschen random, dass der jetzt kommt, der Skin. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas Besonderes gerade anstand. War ja, glaube ich, auch nicht wirklich geleakt, dass der kommt. Gibt hier einen Ladebildschirm, wenn man das kauft. Und oh, es gibt auch noch einen neuen Emote, das finde ich geil. Mal gucken, Aufschwung des Phönix, habe ich noch nicht gesehen. Ja, okay, das, ich wollte gerade sagen, das ist sehr geil, aber ist das nur so kurz? Hm, hm, also ich finde das schon sehr, sehr heftig aus. Aber ein bisschen schade, dass das so kurz ist. Ich werde die mir mal trotzdem holen, aber hätte ich vielleicht noch was Cooleres erwartet irgendwie. Hm, ah, die Effekte sind schon geil. Die sind schon geil, kann man nicht meckern, aber ich dachte, da kommt noch irgendwie ein bisschen mehr. I don't know. Äh, dann haben wir noch den HeyNow-Emote. Ja, für 500 V-Bucks ist ein Synchron-Emote. Das ist cool, leider wieder copyrighted wie immer aktuell. So, dann sind die Basketballer wieder da. Oh, die richtigen OG-Basketballer, das sind wirklich halt die geilsten. Ja, das sind wirklich die besten Basketballer hier auf dieser Skin. Sehr, sehr geil. Habe ich mir sogar das gesamte Paket, ja, habe ich mir alles von geholt. Auch die Hacke ist sehr cool. Der Gleiter, eine Musik. Ich hoffe, man hört die so ein bisschen. Ich mache sie mal kurz lauter. Ja, also die ist wirklich, wirklich nice. Äh, kann ich sehr empfehlen. Und ich glaube, der hat sogar den gleichen. Ah, ne, okay. Es gibt einen Emote, der hat auch die Musik, aber... Ja, das ist der andere Emote dazu. Den finde ich wack. Den würde ich mir an eurer Stelle nicht holen. Was haben wir noch drin? Äh, Hypernova ist wieder da für 1, 2. Äh, irgendwie komische Farben bei dem Skin. Und der Schlenky, der ist süß. Der ist wirklich süß mit dem Backpack hier auf dem Rücken. Dann, äh, wieder ein Copyrighted-Vortbewegungs-Emote. Der Elektro-Shuffle. Geiler OG-Emote aus Season 1. Dann haben wir noch den Hüftschwung. Günstiger Tanz für 200 V-Bucks. Und dann noch den, keine Ahnung, K steht für keine Ahnung, falls ihr das nicht wusstet. Genau, äh, ja, cooler Emote. Sonst, mal gucken, der Shop... Oh, lol, ist das schon der Shop? Lol, nein. Es ist also wirklich passiert. Sie haben jetzt alles rausgenommen. Also, Batman, der lacht und alles mögliche ist jetzt wirklich alles offiziell beendet. Es sind nur noch die Pakete hier unten drin und Fortnite Crew. Ansonsten hier, gucken, ne, hat sich da, äh, sehr viel Platz jetzt frei gemacht quasi. Also, kleiner Shop endlich wieder mal. Nach lang, nach langer Zeit jetzt hier so, wo es völlig überladen war, finde ich mal wieder gut. Also, auf jeden Fall ein Top von mir. Falls ihr bis hierhin geschaut habt und mich unterstützen wollt, könnt ihr einmal unten auf den Link draufklicken, den ihr unten findet. Also, in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren. Alle Stammzuschauer wissen ja, den könnt ihr einmal anklicken. Wirklich, vielen Dank an alle, die da heute mal wieder draufklicken. Einen Kuss an euch. Morgen gibt es wieder eine neue Verlosung. Also, ja, klickt gerne den Link einmal an. Wirklich, vielen Dank. Und, äh, ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und, dann, ja, sehen wir uns nachher wieder auf Twitch. Ich freue mich auf euch. Vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe, äh, angefangen jetzt wieder ein paar Minecraft-Videos zu machen. Äh, ja, ich hoffe, das gefällt euch. Ich werde da heute direkt das nächste raushauen. Also, äh, viel Spaß damit schon mal. Und, dann, hören wir uns später auf Twitch wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut und habt einen schönen Tag. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.